Sie lieben und ein Leben mit ihr treiben, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Jacqueline, willst du die Gemeinschaft mit Alyssa als ein Geschenk Gottes anwenden? Sie lieben und ein Leben mit ihr treiben, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Amen. . 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